Nein. Hahahaha Aida hat geschissen. Aida hat geschissen. Das ist jetzt verrückt. Hahahaha 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 Was? Ja, dann wirst du das nicht drehen. Nein, jetzt habe ich eine Lunge gepresst. Hahahaha Ich mache mich nicht so fertig, muss ich anfangen. Hahahaha Gegen Heids und gegen Zittern. Naja Also Zittern dünnen Hahahaha Sven Wenn Die Daudine ist da hinten drauf. Ach der hockt Der hockt nicht drauf. Nein. Also start 3 2 Los Ui, was muss ich noch drücken? Hahahaha Hahahaha Uuuu Das kann man nicht endlich klar werden. Das kann man nicht endlich fahren lassen. Das kann man nicht endlich fahren lassen. Musst man starten. Ich schreibe es in den anderen. 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 Das ist hier oben! Nicht Arsch! In 4 Sekunden, 3 Sekunden 1, 1 Jetzt Nee Nein, ich würde es für den Racken tun. Der ist nicht mehr zu dir. Ja, du weißt schon, was du willst. Du weißt schon, was du willst. Ja, andere Kronengäufe. Nein, ich würde es für den Racken tun. Ah, ich bin nicht mehr zu Hause. Ich bin nicht mehr zu Hause. Ja, das ist schon ein bisschen, aber da haben wir andere Rechte auch. Ja, das ist schon dritt, ja. Das war's für heute. Ah, du bist der Blatt, oh. Ich glaube, ich glaube nicht. Ja, ja. Wenn ich an... Ja, ja. Ja, ja. Du bleibst doch. Wenn ich die Lava kumpbe, dann bin ich tot. Da kommt die Flachterhand. Ja, ich würde nicht rein kumpben. Ja, das ist kein Schade. Das ist ein Schade. Das ist ein Schade. Das ist wahrscheinlich so eine Vorstellung. Nein, ich komme nicht über mich rein. Nein, ich habe fast gearbeitet. Ich bin übergekumpelt, aber ich bin auch nicht zum Rex gekommen. Oh, am Rex. Hoffentlich war es dort nicht zu viel drin. Ich komme zum nächsten Mal. weil, ich weiß, ich bin weiterhin Anniperina. Auf dem Fall ist da hier... Aber du bist oben. in der vier unterk Ford Ja, unglaublich so. Ja, du hast das dopaminepflamelact. Ja, wir leben hier auf dem einigen. Gottes身en televisiert schon ein Blatt, aber ich glaube, dass es mehr als Ihren Lava getötet hat. Ja, ja, bitte. Ich war gar nicht beim Boss. Der Velo war hingestellt. Ja, darum ist er nicht weggekommen. Ich bin ja nachher zu dir gekommen und habe geschützt durch den Modus rausgekommen. Ich habe noch 200 Leber überlebt. Scheisse! Für 1D, Gruppe 1. Ich glaube nur einer ist gestorben. Ja. Den hat man halt den Satten verloren. Boah, ich bin auch fast am sterben, sehe ich gerade. Wiegel und Hicksattel habe ich jetzt. Das ist ein Teleporter. Aber ein Tech-Teleporter. Ja, aber... So ist es nicht ein Teleporter. Weisst du, ein Sanko noch kannst du holen? Nein, ein Transmitter. Ich sehe nicht. Das ist ein Teleporter. Nein. Aber was ist denn der Transmitter? Der ist zum anderen Server. Ja, da beim Teleporter steht, ermöglicht es sofort ein Reisen zwischen dem Teleporter. Ja, aber es ist ja dein Teleporter. Der ist ja kein Transmitter. Ja, aber die L sind trotzdem noch schwarz. Ja, du bist in Liberation. Ja, aber nicht... Aha. Aber es steht eben nicht bei allen. Okay. In Liberation hat es noch ein anderer Boss. Ja, ich würde sagen. Ja. Schade, da drinnen konnte ich helfen. Also muss ich nicht helfen. Vorbereitungen ist wohl so. Ich habe es gemacht wie der andere. Gerade von der Ferie zurück. Ich habe noch nichts zufrieden gemacht. Ja. 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 Ja.